So, guten Morgen. Mal ein bisschen andere Location als immer da hinterm Haus. Entschuldigung. Ja, letzte Nacht ist rum. Ich werde heute den Plan verfolgen, wach zu bleiben und eventuell heute Abend auch wieder aufs Fahrrad zu steigen, weil irgendwie hatte ich da so ein leichtes Bedürfnis vorhin nach. Mal gucken, wie sich der Tag so verhält und wie das so klappt. Aber gleich geht es erstmal, beziehungsweise jetzt geht es nach Hause. Da mache ich mich frisch. Da kommt noch einer und noch einer. Eins, zwei. Also der Spiegel bringt wirklich was. Da kommt noch einer mit kaputtem Licht. Ja, und dann nehme ich euch noch mit zum Einkaufen und dann schauen wir mal weiter. In dem Sinne, bis später. Bis zum nächsten Mal. Ja, dann würde ich mal sagen, Aufi! Herrliches Wetter. Zwar ein bisschen frisch, aber herrlich. Ja, jetzt wüsst du auch, warum ich so einen hohen Bremsenverschleiß habe. Jeden Tag von Tempo 50, 60, auf Null runter. Und das mehrfach. Das ist immer natürlich so eine Bremse am Fahrrad. Das ist ein bisschen viel. So, daheim angekommen. Gerade die Kilometer gecheckt. Ich wollte ja diesen Block, diese acht Nächte nachhalten. Also es waren jetzt genau 99 Kilometer. Ich habe es gerade, als ich hier unten reingeschoben habe, umgesprungen. Wenn ich öfters durch die Stadt gefahren wäre, dann wären das mehr geworden. Ich werde mich jetzt frisch machen und dann geht es wieder los. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Mittlerweile haben wir es 8.02 Uhr. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Einkauf. Wieder ohne Auto. Aber heute Abend komme ich nicht dummer rum. Man muss das Auto nehmen. Ja, also wie gesagt. Ich vermeide das Autofahren nach Möglichkeit. Weil es macht auch keinen Spaß mehr bei dem heutigen Verkehr. Bevor ich jetzt Parkplatz suchen muss. Das sind jetzt ungefähr 700 Meter, die ich noch laufen muss. Das kann man auch gut zu Fuß machen. Ja, bleib dran. Ich melde mich dann gleich vor Ort oder so. So, ich bin jetzt quasi da. Da hinten ist der Hitmarkt. Hier ist mit Filmen leider nichts. Weil hier bin ich schon mal filmtechnisch etwas negativ aufgefallen. Und da ich hier noch öfters einkaufen will, riskiere ich hier mal, ja, nichts. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich hier aus dem Laden rauskomme. So, ich habe fertig viel zu viel Geld da gelassen. Aber ich habe noch das eine oder andere mehr mitgenommen. Das ist ja meistens so. Aber jetzt bin ich theoretisch versorgt für den Rest des Monats. Weil wenn ihr euch erinnern mögt, ich hatte ja erwähnt, ich will däten. Ja, jetzt ab nach Hause. Ich würde sagen, ich melde mich, wenn ich dann vor Ort bin. So, wieder daheim angekommen. Ich will nicht. Ja, ich werde jetzt ein wenig chillen und den Tag ganz langsam versuchen zu überstehen. Vielleicht lege ich mich auch noch ein Stündchen hin, ich weiß es nicht. Aber dann sage ich jetzt einfach mal, bis heute Abend. Und dann sage ich jetzt mal, bis heute Abend.